Kuriose Tiersichtung in der Finanzmetropole Singapur. Mehrere Otter, darunter ein weibliches und zwei männliche Tiere, konnten dabei beobachtet werden, wie sie lustig die Becken wechselten. Denn die örtlichen Brunnen dort sind anscheinend zu ihrem neuen Habitat geworden. Otter sind Raubtiere und leben hauptsächlich im Wasser, können sich aber auch gut auf dem Land bewegen. Untertitelung des ZDF, 2020